Hallo, ich bin Tom Gäbel und ich bin seit mittlerweile 15 Jahren unterwegs mit meinem Orchester, um meine Begeisterung für Swing und für Big Band Musik unter die Leute zu bringen. Dieses Jahr steht ein Jubiläum an, 15 Jahre Tom Gäbel und sein Orchester und das wollen wir natürlich ganz besonders feiern. Frank Sinatra ist für mich einfach der allergrößte Sänger überhaupt und er und auch seine Musik sind für mich immer die allergrößte Inspiration gewesen. Mir macht es einfach immer einen Riesenspaß, Pop-Evergreens oder auch einfach Songs, die man von mir überhaupt nicht erwarten würde, so in meinem eigenen Gäbel-Sound zu arrangieren und meine Programme einzubauen. Auf meinen Konzerten singe ich eigentlich immer eine schöne Mischung aus Cover-Version und aus meinen eigenen Songs.